Lina Larissa Strahl kehrt nach acht Jahren zurück als Stimme von Vajana in Vajana 2. Die Schauspielerin leiht erneut der abenteuerlustigen Heldin ihre Stimme. Sie freut sich sehr, wieder Teil des Projekts zu sein. Es hat sich sofort angefühlt wie damals 2016 an Tag 1, erzählt sie im Interview mit Promiflash. Vajana ist mir gar nicht fremd geworden über die Jahre, fügt sie hinzu. Man ist total schnell wieder in die Figur reingekommen, verrät die Bibi-and-Tina-Bekanntheit. Für Lina ist Vajana eine der tollsten Disney-Figuren. Es erfüllt sie mit Stolz, dieser erneut ihre Stimme zu verleihen. Auf die Frage, wie sie an die Rolle herangegangen ist, antwortet sie, ich habe es auf mich zukommen lassen. Beim Synchronsprechen kann man es nicht einfach auswendig lernen, erklärt sie. Man muss da auch auf sich selber vertrauen, erläutert sie ihre Methode. In den vergangenen Jahren konnte sie viele Erfahrungen sammeln. Neue Techniken halfen ihr beim erneuten Einsprechen der Rolle. Trotzdem war es für sie immer noch eine Herausforderung. Ich war dieses Mal sicherer als in Teil 1, gibt sie zu. Damals wurde ich ja wie ins kalte Wasser geworfen, erinnert sie sich. Jetzt war es aber auch eine Herausforderung, gesteht sie. Ich möchte ja, dass es den Leuten genauso gefällt wie damals, sagt Lina. Neben ihrer Arbeit als Synchronsprecherin ist sie auch als Musikerin erfolgreich. In den vergangenen Jahren hat sie mehrere Alben veröffentlicht. Ihre Leidenschaft für Musik und Schauspiel verbindet sie in ihren Projekten. Zuletzt zeigte sie ihr Tanzgeschick bei Let's Dance. In der vierten Folge musste sie allerdings wieder ihre Koffer packen.